Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mystery. Heute bin ich nicht in der Höhle, sondern hier oben beim Lars, denn ich möchte mal schauen, was bei den anderen so passiert ist. Ich habe gesehen, der Lars ist hier oben ganz, ganz fleißig und da ich leider irgendwie nie erwische den Lars in den Aufnahmen, also wie immer ganz, ganz unterschiedliche Zeiten habe, wollte ich hier auch trotzdem mal vorbeischauen. Ihr seht, der Lars ist super fleißig, baut hier wirklich ähnlich wie das bei uns mit dem kleinen, in Anführungszeichen, Biom-Prank-Krieg. Der Fall ist hier sein eigenes Biom, richtig cool, muss ich sagen. Ich hatte das jetzt vorhin mir einmal im Detail angeschaut, gefällt mir richtig, richtig gut, was der Lars hier gemacht hat. Und ansonsten entsteht hier wirklich, würde ich sagen, so eine kleine, custom-angepasste Neta-Welt, die hier wirklich mega, mega cool ist. Ich bin gespannt, was der Lars hier so baut und jetzt würde ich gerne beim Kalimero vorbeischauen, denn dort habe ich gehört, ist was ganz, ganz Spannendes mit dem Blauschimmel passiert. Wie ihr seht, bin ich immer noch blau angelaufen und beim Kalimero gibt es wohl irgendwie eine Methode dagegen. Wie gesagt, den Lars erwische ich nicht, den Professor Alba auch nicht. Ich hätte so gerne mal einen Termin in der, wie heißt es, Professor Albas Blödschimmel Entfernungsklinik. Mann, 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 so geht man aber nicht mit medizinischem Fachpersonal um, wenn ich das mal sagen darf, lieber Kroko, lieber Kalimero. Hier bräuchte ich, wie gesagt, mal dringende Behandlung. Das Blaue ist gefühlt überall an den Händen, am Kopf, am Hinterkopf. Ja, ich glaube auch unter der Kleidung, das möchte ich euch aber nicht zeigen, aber ich habe gesehen, dass der Kalimero da wohl eine Lösung hat. Ihr seht, die Pilze sind nicht mehr blau, die sind irgendwie rot. Hat er es geschafft, den Blauschimmel zu besiegen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber gehört, da ist wohl irgendwo noch ein Stippen drin. Das heißt, alles wurde nicht entfernt und das könnte sich wirklich von hier drinnen wieder ausbreiten. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll mit dem Blau, tut es nicht gut. Ich hoffe, dass da irgendwie eine gescheite Behandlung kommt, weil Professor Alba schafft es ja anscheinend auch nicht alles wegzukriegen. Und bei Kalimero bricht die Blauschimmelkrankheit wieder aus. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie es hier noch weitergehen soll, wenn nicht mal so langsam was passiert. Beim Kroko wollte ich auch nochmal einen Stopp machen und habe gerade gesehen, dass die Königin, die heilige magische Miesmuschel, verschwunden ist. Ich habe wohl gehört, dass die einfach vom Lars und vom Kroko in die Luft gesprengt wurde. Also der alte König ist zurück, hat sie in die Luft gesprengt und hat wohl einen neuen König gemacht. Das Wasser ist aber noch hier. Ich weiß gar nicht, ob der Kroko das gut oder schlecht findet. Schwer zu entfernen ist es auf jeden Fall, wenn der Kroko da noch Hilfe braucht und noch mehr Schwämme braucht. Darf er sich gerne bei mir melden. Ich habe genug. Die würde ich ihm auch zur Verfügung stellen. Wie wir sehen, wurde die Ahn-Galerie erweitert. Und zwar ist der Kopf, den wir beim letzten Mal gesehen hatten, hier oben drauf gekommen. Und beim Larissimus ist jetzt auch das Ende eingeleitet worden. Vor zwei Tagen, also jetzt während ich die Folge hier aufnehme, war es soweit. Der Lars wurde anscheinend ausgetauscht und wir haben einen neuen König. Der Kroko hat hier das Minispiel gewonnen und müsste jetzt hier dann auch in der Ahn-Galerie verewigt werden. Ich möchte ihn jetzt mal kurz hier drauf packen. Nicht, dass er bald stirbt. Das soll das Ganze nicht heißen. Aber ich glaube, man könnte hier schon mal den Namen draufschreiben. Oder ist er noch nicht gekrönt worden? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Die Korrektur muss anders sein. Der Kroko muss hier nicht drauf. Die magische Miesmuschel muss hier hin. Die ist doch die Königin gewesen. Die gehört auch in die Galerie, oder Kalimero? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, dafür haben wir jetzt alles vorbereitet. Lila war ja hier die Farbe der Wahl gewesen. Ich habe jetzt schon mal hier die passende Pinke. Ja, Pink nicht ganz. Purpur eine Wolle mitgebracht. Lila eine Wolle mitgebracht. Das sieht doch gut aus. So, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Hier einmal noch die Beinchen und dann die Brustplatte. Kalimero, wie kriegen wir da jetzt einen Muschelkopf drauf von der magischen Miesmuschel? Ja, da müssen wir zum Opferaltar gehen und da mal fragen. Ganz nett, ob der Game Master so, ja, nachdem wir einen Diamantblock geopfert haben, so nett ist und uns einen Kopf bereitstellen würde. Okay, dann schnell dahin. Den Diamantblock habe ich, aber ich habe den Altar noch nie benutzt. Wie geht das jetzt? Opfergabe auf den Altar? Hier? Oh, ja, so vielleicht nicht. So. Und jetzt müssen wir irgendwas machen? Das wird schief gehen. Du musst den draufwerfen. Ach so. Was passiert, wenn du erst den Knopf drückst? Dann geht's kaputt. Oder auch nicht. Okay. Gut so. Kalimero schon in Panik. Irgendein Piston wird verschoben. Okay, okay. Dann, was muss man sagen? Lü, 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 oder irgendwas Besonderes? Nee, nee, nee. Dieser Opferaltar hier ist nicht ganz so durchgeknallt wie deine komische Miesmuschel. Meine? Lieber Opferaltar, wir wünschen uns einen passenden Kopf, einen Muschelkopf für die magische Miesmuschel, oder? Ja. Dann ist es jetzt abwarten, bis der Game Master da auf die Idee kommt, uns was zu geben. Für den Übergang wollen wir trotzdem die magische Miesmuschel hier verewigen. Das heißt, Kalimero, wir müssen sie kopflos jetzt erstmal hier reinsetzen. Dafür habe ich jetzt hier die Nautino-Stelle netterweise von dir bekommen. Das ist natürlich die magische Miesmuschel. Und da sie ja eiskalt getötet wurde, wird der Kopf so ein bisschen neben ihr hängen. Guck mal da, die wurde geköpft. Oben kann ich nicht sitzen, wegen dem Licht. Meinst du, ist in Ordnung so, Kalimero? Doch, die kannst du auch noch da oben sitzen, weil... Hä? Mit der Traptor, die da drinnen hängt, in dem Block? Ja. Dann zeig mal, dass du es kannst. Ich hätte gewettet, dass es geht. Wie geht das nicht? Leider nicht. Leider nicht. Du musst du da reintun, gut. Der Kopf versteckt sich einfach dahinter. Jetzt lass uns mal schauen, wie lange die magische Miesmuschel tatsächlich überlebt hat. Ja, das sieht jetzt hier wirklich so aus, als wenn der Kopf hier von dem armen Lars und vom GroKo weggesprengt wurde. Königin, magische Miesmuschel die Erste. Das heißt, vielleicht kommt sie ja nochmal wieder zurück vom 1.5. bis zum 7.5. Die hat nicht mal geschafft, eine Woche zu überleben. Also, das hätte ich nicht gedacht. Du hättest auch gedacht, dass die noch ein bisschen längere Amtszeit hat, oder nicht? Ach, ich bin da nicht ganz zufrieden, so. Mann, 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 Mann. Ja, was, habe ich nicht gesagt. Tschüss. Wir müssen beim Lars aber was anpassen, oder nicht? Oder war das dann auch der 6.5.? Ich schaue gerade mal. Lass uns mal auf den 6.5. das ernannt. Ich glaube, da haben GroKo und Lars aufgenommen. Dann passen wir es mal an. Aber Lars war ja ein paar Tage, ist er hier gestürzt worden, oder nicht? Fass mal dir, Leute. Lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Jetzt gehen wir mal zur Überwachungskamera. Kalimero, habe ich gehört. Denn du hast gesagt, du hast aufgeklärt, wie das mit den Pilzen kommt. Ich habe am Anfang ja gesucht und gefragt, was das ist. Jetzt kannst du mir mal die Beweise zeigen. Also, ich bin gespannt. Es gibt da ein paar interessante Hinweise darauf, dass es da einen Verdächtigen gibt. Komm mal mit. Ich weiß nicht, ob du schon meinen Geheimgang kennst, aber drück mal diesen Knopf hier. Okay, ich hätte mir jetzt nicht mehr gedacht, dass nichts passiert. Okay. Und dann würde ich sagen, gehe gerne vor. Das ist doch eine Falle, oder? Klar, es ist eine Falle. Ich will mich hier wieder umringen. Genau wie all die anderen Sachen. Bei Fahrstühlen und bei Kalimero bin ich mir nie sicher. Gut, dann setz dich mal hin. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich mache mal den Computer an und dann würde ich sagen, Film ab oder so. Okay, da ist der Professor Alba, der seinen glänzenden Boden irgendwie anschaut. Was sehe ich denn da, Kalimero? Ja, ich würde sagen, schaue es dir einfach an. Das spricht eigentlich für sich. Mützel. Okay. Ein Pilz, ein roter Pilz, der sieht noch heil und gesund aus. Ja. Jetzt fahrt ab. Das geht doch noch. Das geht doch noch fit. Hä? Was hat er da geworfen? Keine Ahnung, aber irgendeinen komischen Trank. Ich weiß auch nicht so ganz, was er da hat. Okay, okay, okay. Ich sehe schon, jetzt baut er es ab. Und? Wie bricht das jetzt zu dir aus? Ja, ich weiß es nicht. Am Ende ist es nicht Alba gewesen, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant, dass Alba die Fähigkeit hat, da Pilze umzuwandeln. Okay. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal auf die Spur gehen. Was meinst du, Kalimero? Hat Alba mit dem Trank deine Pilze infiziert? Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt direkt dafür verurteilen möchte, aber es ist schon irgendwo naheliegend. Das könnte schon naheliegend sein, das stimmt. Oh Mann. Gut, dann haben wir jetzt die Königin wieder. Wir haben hier Beweisvideos gesichtet. Jetzt bleibt nur noch eine kleine Tat für mich zu tun, bevor wir dann endlich mal mit den Pflichten eines Zwerges weitermachen und dann auch mal wieder so langsam ins Bauen kommen, wenn ich das mal so sagen darf. Für den Kroko habe ich jetzt noch ein kleines Zetter. Ich habe gehört, er hat ziemlich Probleme mit dem Wasser. Ich weiß nicht, ob er es wegmachen möchte oder nicht. Es soll ja gemunkelt worden sein, dass es gar nicht so schlecht aussieht und man nur ein bisschen was vom Wasser wegmachen muss. Deswegen habe ich ihm jetzt, auch wenn er schon ein paar Schwämme hat, noch mal ein paar vorbeigebracht. Und das Ganze nennt sich hier das Notfall-Wisch-und-Weg-Set. Wartet mal, da fehlt noch das UNS-Symbol. Nein, hä? Passt das nicht mehr hier rein? Doch, jetzt passt es wieder rein. Notfall-Wisch-und-Weg-Set von der OSE 100. Das ist eine Leihgabe, das soll der mir dann bitte zurückbringen. Und wie gesagt, das habe ich gesehen, haben ganz, ganz viele geschrieben. Keine Ahnung, warum er das irgendwie komisch abgebaut hat. Der soll sich hier eine Hoh nehmen und dann geht das Ganze auch einfacher. Ich hoffe, der Kroko freut sich drüber, kann hier ein bisschen was mit anfangen und ich bin gespannt, wie viel wir davon wiedersehen. Ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, nicht alle. Auch bei der Schmiede möchte ich langsam zum Ende kommen. Das ist das Ziel, heute alles fertig zu machen. Und es fehlt nicht mehr viel. Der Boden und so, der ist schon da, die Wege sind da. Was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich einfach die Details. Innen drin ist noch nichts, hier außen rum ist noch nichts. Das endet hier einfach mittendrin. Finde ich gar nicht so schlimm, das kann man tatsächlich auch so lassen. Aber ich könnte hier entlang, hier entlang und diesen ganzen Weg hier rum nochmal so ein bisschen gestalten, so einen kleinen Zaun hier drumherum machen, dass es ein klares Gebiet ist. Und vor allem, ich muss das Interieur machen. Auch müssen noch die ganzen Schmiedestände hier mit hinkommen. Hier vorne bei dem Ofen muss noch die Lava rein. Es gibt also mehr als genug zu tun. Und damit machen wir jetzt weiter, dass ich endlich, endlich, endlich mal einen Haken hinter dem Bau der Schmiede machen kann. Das Exterieur steht soweit und die Schmiede kommt wirklich hier langsam voran. Muss ich gestehen. Also, doch, gefällt mir gut. Die Umrandung ist, wie gesagt, hinzugekommen. Kleiner Zaun, nicht so hoch, damit man auch immer noch drüber schauen kann, das schöne Gelände sieht. Und hier haben wir jetzt die Wege, oder habe ich jetzt die Wege eingezogen. Ich habe hier und da noch ein bisschen Holz gesetzt, schön mit den Holzstämmen gearbeitet, also mit den Lagerfeuern als Holzstämmen gearbeitet, damit das einfach so ein bisschen schicker aussieht. Holz wird ja auch immer benötigt in der Schmiede, um Feuer zu machen, auch wenn wir viel mit Lava arbeiten. Dann habe ich überall noch so kleine Transportlohren hingesetzt, die von A nach B füllen und überall noch mit Materialien alles ergänzt. Dadurch ist es jetzt hier, würde ich sagen, sehr, sehr stimmig geworden und entspricht wirklich einem doch sehr, sehr, sehr schicken großen Schmiedengelände. Wasser habe ich überall auch noch hingetan, einfach, falls es hier brennt, dass man es löschen kann. Und somit ist jetzt hier die Umrandung fast einmal komplett rum und der Außenbereich der Schmiede fertig. Hinten habe ich es offen gelassen, da wird eh nichts kommen, soll auch eher für die Optik sein. Aber hier haben wir jetzt ein großes Schmiedegelände, was jetzt fertig ist, von der Optik soweit steht. Gefällt mir gut. Wenn ihr eine Ergänzung habt, wie gesagt, in die Kommentare. Und jetzt widmen wir uns den Gebäuden. Es fehlen hier vorne die Arbeitsbereiche, da müssen jetzt auf jeden Fall dann die Schmiedetische hin und hier vorne der Ofen fehlt, genauso wie das Interieur hier. Da mache ich jetzt nämlich dran und dann ist das Gelände, glaube ich, fertig. Schmiede Nummer 1 ist eingerichtet. Man wird ja begrüßt direkt von den Produkten der Schmiede. Schöne Rüstungsteile gibt es hier. Ich kann mal schauen, ob man noch ein Special Item eventuell hinbekommt. Da müssen wir die Feralia mal, den viralischen Händler mal ganz lieb um Hilfe fragen. Und dann könnten wir hier auch ähnlich wie der Kroko mit seinem Hammer da ein passendes Stück hier für diese Schmiede auch machen. Wenn ihr eine Idee habt dafür, gerne unten in die Kommentare. Innen drin ist es jetzt ganz einfach eingerichtet. Ein- und Ausgabe sind da. Hier sind ein paar Hochregale hinzugekommen. Ansonsten wirkt das alles sehr einfach rustikal, so wie das auch bei einer Schmiede ist. Hier gibt es verschiedene Arbeitsplätze, wo, ja, gearbeitet werden kann. Und hier haben wir dann nochmal den großen, großen Schmiedeofen, wo die Magma sich schon absetzt, wo die Lava da ist, wo der Rauch aufsteigt. Und hier sieht man dann jetzt wunderbar, dass das auf jeden Fall eine Schmiede ist, denke ich mal. Gebäude Nummer 1, Haken. Gebäude Nummer 2 jetzt als nächstes. Auch die zweite Schmiede ist fertig, gleich aufgebaut wie die andere. Wir haben hier vorne den Ofen. Dann haben wir hier verschiedene Schmiedebereiche. Wasser könnt ihr hier nochmal reintun, das stimmt. Und dann hier ist nochmal der kleine Schmiederaum. Oben die Etage habe ich nicht eingerichtet. Ich finde Interieur immer sehr, sehr schwierig. Viel schwieriger, als es von außen schick zu machen. Und deswegen ist es da oben eine Fake-Etage. Aber hier ist zumindest, denke ich mal, gut erkennbar, wie jetzt hier alles eingerichtet ist. Und dass es auf jeden Fall eine Schmiede ist. Das Wasser tue ich hier gleich nochmal rein. Das wird die letzte Amtshandlung sein. Und dann haben wir, denke ich, hier auch einiges geschafft. Damit ist das Projekt Schmiede offiziell abgeschlossen. Und ich bin soweit happy. Ich denke, wir haben durch die Lava-Farm, die da ist, und den Riesenofen, den wir hier gebaut haben, echt einiges kombiniert. Sowohl eine Mischung aus Technik, als auch Optik. Und ich finde, das gliedert sich hier wirklich sehr, sehr gut auch in den optischen Baustil ein, den Kroko hier für seinen Steinbruch genommen hat. Also insgesamt eine sehr schöne Gegend, die sich jetzt wirklich von hier ganz vorne, das müssen wir nochmal abreißen, bis nachher ganz hinten erstreckt. Das passt sehr gut. Und ich denke, wenn wir jetzt Stück für Stück die restlichen Gegenden hier ringsherum, also das, was jetzt hier noch erleuchtet ist, hier mal fertig machen. Da Custom Biome einziehen, eine Zwergenstadt bauen, die Pferdestelle, die müssen wir auch noch ein schönes Zuhause haben, hier reinziehen. Und dass hier sich alles Stück für Stück entwickelt, ist das, glaube ich, was, was nachher richtig, richtig cool aussehen will. Wenn ihr noch Ideen habt, was hier mit in die Höhle rein soll, dann lasst mich das sehr, sehr, sehr gerne wissen. Und ansonsten sind wir jetzt mit der Folge fertig. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar für mich oder auch für den Algorithmus da lassen. Und wenn ihr neu seid, abonniert gerne den Kanal kostenlos, damit ihr keine Folge Mystery mehr verpasst. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zusehen und sage bis bald zur nächsten Folge Mystery. Und für die Hardcore-Fans, die jetzt noch dabei sind, ihr könnt mal Hashtag HippoStream eingeben in den Chat oder in die Kommentare. Denn ich werde am Freitag, wenn ihr dieses Video seht, ein Stream im Hippo-Kostüm machen. Das aber wie gesagt nur für die Leute, die die Videos bis zum Ende schauen. Bis dahin. Ciao, Leute.